Ja, hi, willkommen, mein Name ist AnilowLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles und so. Ja, ist schon wieder ein bisschen näher, seit ich das Spiel da gezockt habe. Wir waren zuletzt bei Kapitel 9 und ja, ich weiß noch, dass wir im letzten Kapitel von der Gruppe getrennt worden sind, also Alicia und Welkin. Und ja, dann hat man hier die Mission gespielt, als sie ihren Panzer wiederbekommen haben. Da ist so ein Soldat gestorben und so. Hans, glaube ich, dieser. Ne, Hans, ja, das Schwein. So, jedenfalls, um mich wieder ein bisschen einzuspielen, weil ich glaube, jetzt war das Spiel wieder ein bisschen öfter zu spielen, nehme ich mir jetzt erstmal vor, den ganzen Nebenquests hier zu erlegen. Das sind die ganzen Reporter, die man von Elite hier erlebt. Steht jedenfalls, man konnte ja von ihr ja so einige Reporter kaufen und hier sieht man die in dem Buch. Und ja, wir sind noch nicht zurückgegangen und haben die gezeigt, deswegen gehe ich mal zurück und zeige euch da mal. Ja, okay, hier passiert, glaube ich, nichts außer Cutscenes, aber die keine Hauz zum Spiel, also schauen wir uns nicht mal an. Lette Interviews beginnen. Jawohl. Freue mich. Ja, danke, 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 danke. Ja, danke, danke. Das ist ein ganzes Kabel. Ich muss mich an das Kabel fühlen. Ich muss mich an das Kabel mit dem Kabel haben. Und dann... Die Lärgoth-Pottel-Günsehn-Brisitt-Stark-Volge. Was the bester, dass hier? Die Stark-Volge ist der Nippe-Name. Der Nippe-Name, als ich an den Läger. Das heißt, Läger, dass die beiden die sich nicht glücklich aufkamen. Ich muss mich an den anderen Kabel aufreffen. Ich muss mich an die Läger und schlafen. Das ist ein wenig, wenn ich mich an die Läger und ich mich an den Läger. Und das ist ein Teil der Arschluss-Gi-Sara-Gi-Hunter. Oh, das ist eine Frau von dem Team. Sie ist ein Dauks-Trader-Gi-Hunter. Sie sind zwei Gehrim-Gi-Hunter-Ko-Tar. Der ist ein Teil der Verteidiger Freunden. Die Deutsche sind von dem, was ihr etwas anderes auf dem Gehrim-Gi-Hunter-Gi-Hunter. und sollte erst mal den rest der truppe hinter die augen nehmen ok was zum teufel hat die vor lago und rosie ja anscheinend kommen heute nur cutscenes ob ich das jetzt als in einem part packe oder ob ich danach noch die anderen heranlänge weiß ich nicht mal gucken ja mir lieber die eine einzelne aufzunehmen ich glaube ich hätte ein bisschen früher machen sollen das ist noch zu dem zeitpunkt als die brücke erobert haben glaube ich ja malen Ich glaube, ich bin ein Wettbewerb. Also, ich dachte, er ist mein D. Ich bin so gut. Jetzt bin ich, Rose, ich werde dir sprechen. Rose, ist das eine schöne Böse? Das ist ein sehr guter Name. Ich habe die Brühe in der Brühe gefeiert. Das war die erste Nase, dass ich das Wort anseitze habe. Scheiße, du warst. Du wirst mit dem Darlersen und wirst du sie singen anstrengstig. Warum, die Jön betaute und die Mäste traur zu besuchen? Die Situation warst du mit Darlersen und mit einem anderen Gl namens mit Darlersen. Das ist das, was der Darlersen anstieg? Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich verdammt ich glaube ich komme mir nicht mehr so oft zu wort kann mich nicht irgendjemand interviewen ist aber da wird eine einzelne folge das füllt schon hier ein paar minuten not a single fuck was given that day vögel oder das verdammt die 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 Ich glaube, ich bin ein einzigartiges Mensch. Ich kann nicht erraten, wann die mit dem Satz zu Ende sind und wann nicht. Du bist ein ganzes Schatz zu Ende, und der Mann mit dem Herrn. Hey, was ihr? Kannst du dir? Mein Herr ist ein bisschen verändert. Ja, das ist ein bisschen verändert. Aber ich bin sehr nett. Als ich mich, wenn ich mich verletzt habe, habe ich mich immer verletzt. Ich glaube, ich bin sehr nett. Ich bin sehr nett. Ich bin ein Lieblingsgericht. Ich bin auf jeden Fall. Ich glaube, dass ein sehr guter Hermann ist und er sich froh, oder? Ja. Ich würde mir meine Hermann auf dem Flug, den ich. Das ist das… ich weiß nicht. Aber das ist doch gut. ja das kann ja was wir hatten das war so liebsten natur und was noch natur oh gott aber die schweißer oder beine also mal sehen wie geht das interview aus ja ich habe mich noch nicht so gut ich bin ein Sieg Ist das wirklich? Ich bin ein Zeug? Ich bin ein Zeug. Aber ich habe eine Frage. Sie sind immer zusammen mit Blüür. Wer ist das Zeug? Was ist das Zeug? Das Zeug ist nicht meine Frage. Ich habe eine andere Frage. Ich habe noch nicht mit Wilkyn gesprochen. Ehe! Ich bin ein sehr interesseter Mensch. Ich bin einっぽ comparembed. Ich schon. Natur. Genau. Nicht nur eine Starbinderung, sondern nur ein男ser. Hä?! So,そんな目で見たことないし、わかりません ふふふ,どう? Gyunta隊長, soこのところどうかしら あれ? Gyunta隊長 ああ、ごめんごめん ちょっと変わった虫がいたもんだから ほらね、とっても面白くて飽きないでしょ で、では、ぎゅんた隊長 今度はあなたに質問させてもらうわね ズバリ、一時対戦の英雄の息子として 今回の戦争をどう思っているのかしら そうだね とにかく早く終わってほしいと思ってる 僕は、人から見たら英雄の息子かもしれないけど 考えていることはみんなと同じだよ だとしたら、あなたは、なぜ、何のために戦っているの? この世界は、いろんなものを受け継ぐことで成り立っていると、僕は思う 自分の命はもちろん、自分の家やふるさと いいものばかりじゃない 悪いものだってある 昔からのダルクス人への迫害も 自分の命は、いろんなものを受け継ごうと生きている 僕も、僕の大事なものを受け継いでいきたい そのために、僕は戦っている ありがとう 取材はこれでおしまいよ じゃあ、僕はこれで さっき見かけた虫がどうも気になってさ あなたの言う通りね 面白くて、見ていて飽きない人だわ 一通り取材が終わったら、次の舞台へと行くつもりだったけど ご視聴ありがとうございました Ich würde mich überlegen, dass ich mich überlegen würde. Vielen Dank, Alicia-san. Ja, das ist auch hier. Aber es ist gefährlich, dass ich mich nicht mehr in die Tatsache in die Tatsache bin. Das ist nicht möglich. Es gibt nur die Tatsache für Scoop. Das ist mein Stil. irgendwie brauche ich schon irgendwie die englischen stimmen ausgestützt haben weil ihre englische stimme bin ich richtig gut okay ja bin ich ja mal gespannt leider kann man keine interviews von den anderen mit ihren von spazern sehen da wäre auch interessant gewesen zum beispiel das bombenliga trio john oder naja egal 14 minuten ja das sieht doch gut aus dann machen wir die anderen beiden quests in der nächsten episode von valkyria chronicles und ich bedanke mich jetzt fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge